so springer nicht noch mal gleich runter mal gucken was haben wir denn hier wo muss ich denn überhaupt hin das ist ja die frage die ich mir gerade stelle so runter da ein bisschen munition für eine pistole bringt mir aber in dem fall nix so da ist ein zombie habe ich aber schon gesehen man hat sich daran vergnügt indem da sich zu ernähren der auch so da gibt es granaten hier gibt es noch ein bisschen muni so jetzt bin ich ja mal gespannt was jetzt bin ich ja schon wieder hier oder muss ich jetzt hier unten eine granate hinwerfen ne sehr gute frage ich geh mal runter ist das hier nicht was man in die luft jagen muss irgendwie nicht ne meine frage ist ja jetzt wo muss ich hin hier ist eine tür hmmm das ist eine sehr gute frage würde ich jetzt mal behaupten da ist eine tür hier sind wir reingeknallt jetzt tauche ich nochmal da kommt irgendwas durchgescheppert hier ist auch nix wie kommt das denn jetzt wie hab ich denn das jetzt hingekriegt na gut gehen wir nochmal tauchen wieso schwimmen die fässer jetzt hm ist das jetzt um da rüber zu kommen oder kann man die in die luft jagen ne man kann sie nicht in die luft jagen hä ich weiß gerade nicht so recht wo ich lang muss aber ich glaube das merkt man dass ich das nicht weiß also hier hoch müssen wir garantiert nicht nochmal hm da ist eine kiste oder muss ach so ich muss ach 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 jetzt verstehe ich ich muss auf die seite hier dann ist ja gut ja das sieht schon ein bisschen anders aus oh diese viecher greifen mich an diese würmchen da oh wie weit muss ich denn hier schwimmen ich hoffe ich schwimme jetzt in die richtige richtung nein natürlich nicht wieder in die falsche geschwommen ich muss erstmal luft tanken und tauchen dann tauchen wir halt normal in die richtung ich muss dann also nach rechts wenn ich hier wieder rauskomme kurz luft tanken so wer tauchen rechts links rechts äh ducken weiter schwimmen hoch 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 h sowas und runter luft endlich luft Ach du Scheiße. Was zum Henker war... Ein Mutantenfisch? Da ist eine neue Waffe drin, so wie das aussieht. Wo komm ich denn hier hin? Ach du Schreck. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Ich glaub, das ist nur dafür da, falls ich mal reinfallen sollte. Ich rutsche. Ich rutsche. Mutantenfische sind nicht schön. Oh, guck mal an. Ein Betäubungsgewehr. Laden wir uns erst mal auf hier. So, hier. Auch wieder tanken. So, speichern. Ein Betäubungsgewehr. Das scheint ja dann das da zu sein. Aha. Wie komm ich hier wieder raus? Scheiße. Wo ist es? Oh. Wie kann man denn das bitte vernichten? Wow, hat das wenig... Das hat ja wenig Munition gehabt. Ich wüsste schon ungefähr, wie man da hinkommt. Man muss da nämlich dieses Rädchen aufdrehen. Momente mal, ich werd nochmal laden. Mann, jetzt brauch ich schon wieder Luft. Das gibt's doch nicht. Medizinische Versorgung nötig. Mit vier Pfeilen soll man das Ding besiegen, oder was? Ach, du Schreck, ey. Man muss da unten nämlich an der einen Stelle... Daneben. Das ist so ein Toten-Mann-Teil. Alter, was ist man für ein Krach jetzt? Hm. Ich frag mich gerade, wie man das hinkriegen soll. Erstmal muss ich ja irgendwie da rüberkommen, ne? Ah, hier kann man wieder tanken. Also Leben zumindest. Ich speichere nochmal. Hepp. Alter, ja toll. Kann mir mal jemand verraten, wie man das besiegen soll? Hm. Ja, jetzt häng ich natürlich, weil ich nicht genau weiß, wie man das besiegen soll. Aber ich glaub, ich muss hier hin, irgendwie. Wo ist es denn? Da wär Munition drinne. Wie soll man denn da hinkommen? Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das hinkriegen sollte. Da gibt's doch bestimmt auch einen Trick. Vielleicht muss ich das... Ah, in diese Dinger hier locken. Das könnte sein. Ich, ich! 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 Ja, besiegt! Meine Fresse, das ist ja ein Viech gewesen. Muss man doch mit den altmodischen Waffen ran. Äh, ich meine mit den neuen Waffen dran und nicht mit so einer blöden Armbrust. Mann, das macht ja einen Krach. Geschafft. Mann, Mann, Mann. Und ich sag immer, ich schaff's nicht. Dabei schaff ich's dann doch irgendwie. Oh. Mein. Gott. Gott. Meine Fresse, was war das denn? Äh. Hallo? Nein! Rutschgefahr? Schrotflint da krieg ich ja. Also Schrot bege- also gegenüber Schrot kann ich mich nicht beklagen. Da hab ich genug. Zu viel, um genau zu sein. Ist ja wieder so ein Viech drin, ne? Also邊ioso. Ich weiß ich schonix kardeş. Ich weiß nicht. Tai wo ist auch, wenn du bist.